Hallo, hier ist Sonja und heute spielen wir RIPPOOL MINIGAMES! Oh mein Gott, das war von der Transition so gut! Holy moly! RIPPOOL MINIGAMES. Okay, ich würde sagen, wir suchen unser nächstes Spiel schon mal aus. Oh, guck mal, es gibt bald einen Pro-Modus. Und zwar würde ich das nächste Spiel... Ach nee, das kostet goldene Glitzerdiamanten. Die habe ich nicht. Du kostest hier... Oh, guck mal! Oh, guck mal! Man kann hier reisen auf den roten Schienen. Seht ihr das? Ja? Ja, oder auf die grünen. Hui! Und dann kann man hüpfen auf den Hubschedingern. Das ist ja süß! Oh, guck mal, du kannst dich ein bisschen... Oh, jetzt passiert irgendwas! Ja, Trittschalldämpfer. Was? Okay, los geht's! Oh, ich startet irgendwas! Trittschalldämpfer, Löcke fallen nach unten. Oh, ich versteh's! Oh, okay, okay, ich versteh's, ich versteh's. Der Boden löst sich irgendwann auf, aber du musst so viel runterfallen lassen, bis du stirbst. Okay. Aber man sollte nicht sterben. Okay. Das heißt, hier muss man einfach ein strategisches Muster ablaufen. Offensichtlich. Ja. Ich bin Profi in Snake. Ich auch. So, es ist wichtig, dass man hier nicht fällt. Das wäre ein Anfängerfehler, den viele machen würden, denke ich mal. Tops. Die schlechte Bahn läuft. Oh, Flo, du Penner! Flo, du Penner! Oh nein, 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 nein! Ich hab Tops auch abgeschnitten! Die Eier hätte mich fast abgeschnitten, gerade die... Ah, ich mach's richtig strategisch. Ich schneide mich selbst ab und nehme die ganzen Blöcke für mich selber. Okay, aber dann musst du aufpassen, ne? What the hell? Wie einfach der Körper am Ende unten wobbelt und doppelt. Tops, jetzt bist du... Oh nein, hier ist Flo! Oh nein, Flo, du hast mich abgeschnitten! Flo! Oh Gott! Du hast was gemacht, Strategie! Ja. Guck mal, hier ist noch ab. Jetzt weiß ich mit Wobbeln und Doppeln. Ja. Okay, ich kann... Warte, ich kann Flo jetzt zugucken. Flo, du hast ja noch nicht mehr lange. Aber das ist nur Level 1. Level 1. Level 1 habe ich Tops abgeschnitten. Finish! Oh, what? Du hast bis zum Ende überlebt? Egal, ich sag, ich bin vielleicht Dritter geworden. Strategie! Das sind Minigames, ja? Man muss nicht alles gewinnen. Ja, komm, jetzt bin ich. Komm, ich bin Dritte, ich bin Dritte. Alles easy. Ich bin Fünfter. Du kriegst hier, du sammles Punkte hier. Du sammles Punkte. Ich habe jetzt Level... Ah, Level 1 ist wie viel Erfahrung man hat. Okay, man kann leveln. I see. Wie fern ich denn hier aus diesem komischen Menü raus? Ich will jetzt das hier. Dann musst du einfach warten. Dann musst du einfach warten, genau. Du kannst dafür ein bisschen die Landschaft erkunden. Guck mal. Hier mit den Swooshel-Dingern kannst du reisen. Ey, du musst... Ey, es macht viel Spaß, auf diesen Pfeilen zu reisen. Ja. Was ist denn hier? Wieso habe ich eigentlich einen Pizzakarton an der Hand? Hä, warum nicht? Wir machen keine Pizzakarton. Pizza. Hier zum Voting. Hier zum Voting. Wo ist denn das Voting? Äh, Infektion? Warte, man kann einfach drauf drücken. Warte, man kann einfach drauf drücken. Warte, man kann einfach drauf drücken. Warte, das ist so ein Riese. Dodgeball, Infektion wird scheinbar. Infektion wird scheinbar. Ach, hier im Boden ist das Voting. Ja, ja. Okay, jetzt kommt Infektion. Äh, eine Infektion beginnt bei einem Spieler. Jeder Spieler, der berührt wird, tritt dem infizierten Team bei. Versuche nicht erwischt zu werden. So ein Spiel gab es früher auch auf der Wii übrigens. Der Zombie. Und das habe ich früher gespielt. Ich und meine Brüder sind real-life gespielt. Da gab es auch so ein Mini... Naja, wir haben... Das gab es auch in the Wii. Das war auch so ein Minigame. Oh, ich sehe gar keiner. Das ist richtig dunkel. Der ist richtig dunkel. Ein Zombie und zwölf überleben. Der rechts siehst du wie viele. Weißt du wer der Zombie ist? Oder musst du einfach Angst vor allen haben? Ich will jetzt hier keinen Move Speed. Ich glaube alle. Aber du siehst, äh, rechts... Ich habe jetzt meine Pizza geworfen. Ich habe ein bisschen Angst. Du kannst klärtern hier hoch. Okay. Kann man sich auch ducken irgendwie? Gibt es da Arbeit? Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Einen. Ey, man kann hier hochklettern auf die ganzen, äh... Dinger. Auf diese... Oh nein. Hört man... Oh Gott. Ah, okay. Ich sehe hier die Zombies. Ich sehe die Zombies. Oh nein. Ah, okay. Jetzt sehe ich aber wer böse ist. Die Zombies grün? Die Zombies haben so eine Fresse über sich. Komm, hier hoch. Hier hoch. Ja. Da bin ich. Oh nein, die sind überall. Was? Bist nicht auch ein Zombie? Oh nein. Da vorne ist ein Zombie-Tops. Okay, ich bin jetzt ein Zombie. Okay, ich bin jetzt ein Zombie. Zombie haben so ein, äh, Zombie-Symbol oben drüber. Okay. Du bist der Grün bei mir. Da kommt der Topps. Ich bin jetzt Zombie. Der läuft hier nach und nicht mir. Ja. Ich werde euch schnappen. Und du musst auch Zombie-Reusche machen. Sonst glaub dir niemand, dass du ein Zombie bist. Nein, wieso bin ich? Ich kann keine Zombie-Reusche machen. Ich weiß gar nicht, wie die gehen. Alles klar. Jetzt laufe ich auch wie so ein, wie so ein Topps hier. Ja. 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 So riecht keine nach Baldrian. Sie haben einen gezombiet. Topps riecht auf Parmesan. Okay. Warte, man kriegt diese gelben Glitzersteine, damit man sieht, wo die Leute waren. Es gibt so eine Pizza, die kannst du aufheben. Und dann klicken. Ja. Ja, die hatte ich auch schon. Oh, Topps, du bist auch ein Zombie? Wir wissen alle ein Zombie. Topps noch nicht infiziert. Ja. Finish. Wir alle, oder? Wer gewinnt jetzt? Okay. Ich muss sagen, das Ripple Minigame fand ich jetzt nicht so stark, weil es auch sehr dunkel war. Ja, das ist ein bisschen dunkel. Das war jetzt irgendwie schwer, das zu erkennen. Ach so Leute, das ist nur die Runde. Ja. Sechster Platz. Sechster Platz. Sechster Platz nicht gut. Ja, das hat uns der Arbutz 009. Der hat uns ganz schön abgezogen. Arbutz 00009. Fallen. I'm Fallen. Okay, was kann man jetzt worten? Ah ne, es gibt noch kein Worting. Noch gar nicht, noch gar nicht. Die haben immer ein bisschen Abwechslung drin. Du weißt gar nicht, was als nächstes passiert. Ja, gell? Richtig, wie epische Minigames. Geht zum Worting. Okay, was gibt's denn schönes? Es gibt Eisblock Hockey. Lass uns mal raus. Eisblock Hockey. Dodgeball und ne Wackelpudding Zerstörung. Da seh ich uns aber. Ey, Wackelpudding Zerstörung und direkt hineinsam. Nein! Warum gehen die denn aufs mittlere? Dodgeball ist doch... Rotze. Hoffnung, kannst du hier throw dodgeball faster kaufen. Pay to win ist es. Ja, das ist richtig pay to win. Hier, dodgeball Speedboost. Gibt's auch. Wirf dodgeball auf den Feind, um ihn zu eliminieren. Du tobst, was damals auch mit dem Völkerball immer so richtig hart geworfen ist. Die Gegner so richtig bluten. Ja. Muss man ja machen, oder? Ja, warum werde ich auf einmal... Ich werde auf einmal... Habe ich hier getroffen, Flo? Ich habe doch getroffen. Oh. Getroffen. Hä, wieso? Ey, du... Okay, Geheimtipp. Einfach stehen bleiben und direkt auf den Dings drauf visieren. Dann ist es instant won it. Wolltest du mich grad treffen, ne? Habe ich genau gesehen, mein Freund. Habe ich genau gesehen. Nein. Rönne, bist du im roten Team. Hauptsache, es gibt einfach einen im roten Team, der wird einfach stumpf gegen die Wand. Au! Ja, das ist... Versuch mal auf mich anzuschließen, was ist falsch mit euch? Nichts. Warum macht ihr das? Ja, weil wir gewinnen wollen. Wir sind im Gewinnerteam. Ah! Ja, aber es gibt Zeit. Okay, Wollern, ja. Wir gewinnen, das rote Team ist ein Sieger-Team. Merkens, 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 wir. Reloading! Ich mochte... Ich mochte Föcker bei Muppetier´s auch. Ja, ich mochte es auch. Oh! Dreifach! Ich war immer... Ich war immer... Am Ende derjenige, der so richtig upgedanced ist, für alle auf mich... Ja, ja, der hat so Matrix-Style-Dodge, das habe ich auch gemacht, am Ende. Hab wir ja gerade gesehen, ne? Ja, hier geht's leider nicht. Flo, weißt du, es fällt mir schwer, mir das vorzustellen, zumal du beim, äh, wie war das noch? Beim Tramponypark? Äh, versucht hast... Und weil er die, genau... Er hat, er hat versucht, den Kletterparcours zu machen, hat die erste Stufe nicht geschafft, hat einen Krampf gekriegt, hat sich vor Schmerzen am Boden gerollt und hat die ganze Zeit... Ah, es tut so weh, meine Ware, das hatte ich noch nie. Achso, ich hätte gedacht, du meintest die Eleganz von Flo, äh, wie so eine Robbe, weißt du? Ronja, ich, ich spür da ein gewisses, einen gewissen Hass. Nein, nein. Ich hab nicht gelacht. In dem Moment. Der ist mir halt schläft aufgefallen, Ronja. Ich hab nicht. Der läuft immer nach links und rechts, der ist. Der ist zu weit hinten, ich treffe den nicht. Der gewinnt. Der gewinnt einfach. Der kann nicht verlieren. Du musst halt so höher schießen, das ist so... Du musst in Luft... Ja, toll, aber... Den Downfall mit einem gerechnet. Der ist mal ein bisschen hoch. Hä, das ist richtig unrealistisch. Das macht gar keinen Sinn. Oh, yes. Oh, oh. Sniped. Hier, hab ich jetzt gewonnen. Ich hab's gezeigt. Was für ein Loser. Ich hab gewonnen, easy. Ich hab gewonnen, erster Platz. Ja, ich bin der Drops, die grabte einer, äh... Okay, ja gut, ich würd sagen, äh... Lief gut, oder? Ich mein, mehr als ersten Platz brauch ich nicht. Ich hab jetzt geboren. Ich hab jetzt geboren. Mit dem neuen Haftbefehl hast du zerstört. Gut, dann war's das für RipBull Minigames. Eigentlich ist das ganz witzig. Epische Minispiele. Es ist nicht epische Minispiele. Epische Minis. Es ist RipBull Minigames, ja? Sehr zu empfehlen. Einwandfreies Roblox Minigame. Wirklich gute Bewertung. Äh, gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.